Herzlich willkommen zum SLUBcast ortsunabhängiger Zugriff auf lizenzpflichtige e-Ressourcen. Wie können Sie ortsunabhängig Zugriff auf lizenzpflichtige e-Ressourcen der SLUB bekommen? Ein ortsunabhängiger Zugriff auf lizenzpflichtige Datenbanken, elektronische Zeitschriften und E-Books ist nur für Angehörige, also Mitarbeiter oder Studierende der TU Dresden möglich. Es gibt verschiedene Authentifizierungsmöglichkeiten. Eine Möglichkeit ist die Authentifizierung über das SLUB-Benutzerkonto. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie über einen gültigen Benutzerausweis der SLUB verfügen und Angehöriger der TU Dresden sind. Eine weitere Möglichkeit ist der Zugang zum TU-Netz über Ihren eigenen Rechner. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie Angehörige der TU Dresden sind und über ein ZIH-Login verfügen. Mit diesem können Sie sich dann entweder über den Webbrowser per WebVPN authentifizieren oder Sie installieren den VPN-Client direkt auf Ihrem Rechner. Sollte es bei der Nutzung des VPN-Clients zu Verbindungsproblemen kommen, dann ändern Sie bitte im Programm beim Anmelden unter Group die Einstellung auf C-Tunnel-All-Networks. Falls das nichts ändert, kann es daran liegen, dass der VPN-Client momentan sehr stark genutzt wird und die Verbindung überlastet ist. In diesem Fall versuchen Sie bitte alternativ die Nutzung des OpenVPN. Auch hier identifizieren Sie sich mit Ihren ZIH-Daten. Sollte es Probleme mit Ihren Login-Daten geben, dann wenden Sie sich bitte direkt an das ZIH der TU Dresden. Alle Informationen zur Installation zu den Einstellungen im VPN erhalten Sie direkt auf den Webseiten des ZIH.